Ja, Fescher, der bleibt doch runter. Ja, da ist er zumindest. Na, nicht reingehen, Baby. Mama wittert ihr Obst, glaube ich. Ja, die wittert erstmal Frischluft, die kennt das ja gar nicht mehr. Die ist aber mutig. Ja, und schon haben wir doch gewonnen. Ja. 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 Wenn du mich vorlässt, kannst du hier komplett her. Herr Hanni, wenn du mich vorlässt, kannst du hier komplett her. Ich dachte, es ist so schön, ich habe so Angst gehabt, dass es so kalt wird und es ist so schön kuschelig. Aber wenn ihr jetzt aufhört, hier rum zu wackeln, und schwupp, vorsichtiger Fotograf von unten. Ja, guck doch mal nach. Schupf doch mal einer rein. Das ist so schön. Oh, es ist krieg. Es ist kalt, dass ich sie nicht kieg. Oh, es ist krieg. Da kommt eine Wassermelone nachgerollt. Wie schön. Eine Honigmelone. Schnell hinterher. Wahrscheinlich, ja. Nein, hier mit der Scheibe meine ich. Ich habe nicht an deinem fotografischen Können gezweifelt. Ich dachte gar nicht, das finde ich jetzt von dir. Dung. Schade, das habe ich aber nicht. Bricci, 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 Bricci. Das ist eigentlich schön noch mal. wärtschne, Herr Ackermann. Hört nach der Lade hin. Hört nach der Lade. 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 Jetzt kannst du mit dem Lade zeigen. So, und jetzt Fritze. Jetzt ist Fritze! Scheiße! Los, 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 los! Ja, das geht ja nicht. Ganz schön Durst! Ja! Oh, unbequem, unbequem, Fuß eingeschlagen, Fuß eingeschlagen! Alter Mann, Alter Mann, was machen deine Knie? Lässt du mich mal an vor dich, ich geh für dich auf die Knie! Jetzt hast du wieder ausgerübt! Ja! 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 Na, ja! Sollte Chiris Opa la Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Ja, such die Mama. Such die Mama. Ich glaube, das war's jetzt.